So, und da sind wir auch schon wieder. Und diesmal habe ich es tatsächlich rausbekommen. Ähm, wir müssen nämlich tatsächlich es so machen. So, und jetzt haben wir tatsächlich eine Position eingenommen. Das habe ich jetzt mal schon vorher nachgestellt gehabt, weil ich das einfach nur wissen wollte. Jetzt weiß ich es aber. Also, ja, jetzt weiß ich es aber. Ich habe es nicht, nein, ich habe es nicht weitergemacht. Ich habe einfach nur geguckt, ob das wahr ist. Und jetzt sind wir in einer Position, wo wir Muffin hinschicken können. So, beziehungsweise, Deploy habe ich schon. Jetzt gehen wir auf Network, auf Access. Und da ist das Gorsky Phone. Und da gibt es ebenfalls Security. Und da gibt es Faceprints. Da haben wir einmal das Faceprint von Marco. Marco. Available Commands. Download. Download. Downloaded File to System.files. Marco. New Intelligence Info found. Marco. 3D-Facefile. Okay. So, dann wollen wir mal wieder mal ein bisschen herumspielen. Und Raven ein bisschen durch die Gegend disguisen. Raven. Disguises. Disguises. Create. Close App with Backspace or Escape. Create new disguise. Choose person to create new file for. Currently chosen. Adrian Gors. Agge. Freja. Gensha. Krisha Ramesh. Marco. Genau. Und so nennen wir auch das. Editing Disguise File Marco. Disguise File. 3D-Face File. So. Jetzt haben wir das. Und das brauchen wir als erstes. Load. Marco. So. Jetzt können wir... Raven. Inspect with Eye. Move to Closet. Closet. Inspekt with Eye. Wie vernagelt man doch manchmal sein kann. So. Jetzt machen wir folgendes. Wir gehen in unsere App. In unsere Konsole. Gehen auf Muffin. Gehen auf... Oh ne, warte mal. Erst Deploy. Deploy. Komm her. Komm her zu uns. Raven. System. Network. 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 Available Commands. Access. Access. Network App. Jetzt müssen wir erst wieder auf den... Gore Lab. Muffin. Gore Lab. Network App. Network App. Muffin. Face Scan 1. Network App. Face Scan 1. Press. Face Scan 1. Available Commands. Available Commands. Scan. Jetzt mache ich den Modus wieder aus. und drücke Klick. Beginn der Skate-Prozess. Person 1. Please step in front of Scanner 1. In Position. Face Print. Confirm. Person 2. Please step in front of Scanner 2. Oh. In Position. Nein. So schnell. So. Äh. Raven. Disguise. Load. Ähm. Agatha. Disguise. Modus. Agatha. Available Commands. Hat das funktioniert? Available Commands. Available Commands. Available. Ah. Ich hasse es. Muffin. Raven. Choose with return. Hm. Das ist halt. Doof, dass du jetzt nicht siehst. Was jetzt los ist. Du kannst dich auch nicht bewegen. Ah. Ich hasse das. ... Aff... Okay. Wir müssen wieder ein Shutdown machen. ... ... ... ... ... Und dann noch mal rein. Äh, okay. Wo sind wir denn überhaupt? Okay, wir sind schon da. Alles klar. Muffin. Deploy. Deploy. Available commands. Muffin. Raven. System. Open communication mode by pressing space. Current mission. Find Gorskys research data. Okay. Learn. Choose. Network. Choose with return. Wir sind ja hoffentlich noch Marco. Network. Available commands. Access. Network app. Muffin. Press. Gorlab. Gorlab. So. Face scan one. Network app. Face scan one. Press return to enter computer. Ja. Face scan one. Scan. Choose return. So. Jetzt machen wir das. Machen wir einmal so. Beginn scan process. Available commands. Muffin. Raven. System. Hey, du sollst ausgehen. In position. Face scan. Convert person two. Key step in front of scanner two. In position. Inspect with eye. Move to with M. Available. Raven. Raven. Disguise. Load. Disguise. Agatha. 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 Disguise mode set to file Agatha. Mann. Muffin. Choose with return. Das geht dann aber auch nicht aus. Raven. System. Choose with return. Raven. Raven. Available. Disguise. Disguise. Agatha. Agatha. Disguise mode set to file Agatha. Available. Muffin. Das ist ein blöder Bug. Das ist ein blöder Bug. Choose with return. Kriege ich den jetzt auch... Ja, ich kriege den Modus auf jeden Fall aus. Raven. Choose with return. Okay. Nochmal Shutdown. Hallo. Shutdown. Shutdown. Awaiting input. Anders kann ich es nicht machen. Ich weiß gerade nicht, wie es anders geht. Ich weiß gerade nicht, wie es anders geht. Episode two. Ja. Available commands. Muffin. Raven. Muffin. Nein, 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 nein. Muffin. Deploy. So. Okay. Muffin. Network. Access. So, dahin. Und dann gehen wir auf den. Jumpen da rein. Scan. Scan. Choose with return. Scan. Jetzt gucken wir mal, ob er ohne... Beginning scan process. Available commands. Muffin. Raven. Scan on one. In position. Inspect with eye. Move. Ja, okay. Da steigt er schon aus. Das haben sie leider noch nicht gefixt. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Available commands. Muffin. Raven. System. Open communication mode by pressing space. Okay. System. Shutdown. Yes. Und nochmal das Ganze. Zack. Episode 2. Available commands. Muffin. Raven. So, nochmal. Muffin. Deploy. 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 Network. Access. Network. Gorskip. 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 Dann den hier. Scan. Scan. Choose with return. Also. Das aus. Und los. Raven. Disguise. Load. Awaiting input. Disguise file. Agatha. Available commands. Komm schon. Muffin. System. Ja, sorry. Ich muss gucken, wie ich das am besten löse. Ich glaube, ich lasse euch gerade mal alleine. Und versuche das zu dementsprechend... Tätemette? Dementsprechend zu lösen. Heieiei. So, meine Lieben. Jetzt kann es losgehen. Blind-Friendly-Mode muss aus. Und jetzt machen wir... Scan. Beginn. Beginn. Scan-Process. Person 1. Please step in front of scanner 1. In position. Faceprint. Conferred. Person 2. Please step in front of scanner 2. In position. Hallo? Na, toll. Aber hier ist nicht schnell genug. Raven in position. Face not. Ja, 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 ja. Available. Muffin. Choose with return. Okay, nochmal. Muffin. Learn. Network. Network. Access. Door skip. Core lab. Network app. Ah, nein, stopp. Available. Login. Nein. Network. Login. Network app. Face scan 1. Network app. Face scan 1. Press return to enter computer. Available connections. Face scan 1. Scan. Scan. Choose with return. So, nochmal. Available commands. Geht aus. Scanner 1. In position. Faceprint. Conferred. Person 2. P7 front of scanner 2. In position. Äh, Raven. Disguises. Load. Marco. Wieso geht das nicht? Face 1. Authorized. Network game. Ah. Muffin. Muffin. Available. Network. Network. Network app. Muffin. Gore skip. Gore lab. Network app. Face scan 1. Network app. Choose with return. Nochmal. Beginnings scan process. Person 1. Please step in front of scanner 1. In position. Faceprint. Confirm person 2. Please step in front of scanner 2. In position. Äh, Raven. Disguises. Load. Marco. Face month authorized. Aborting. Ups. Scheiße. Das war ja das andere. Ah. Verdammt. Das hatte ich ja schon auf das Gesicht. Available commands. Muffin. Raven. System. Okay, nochmal. Nochmal. Muffin. 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 Network access. Network app. Gore skip. Gore lab. Network app. So, jetzt gehen wir zum Face scan 1. Face scan 1. Da jumpen wir hin. Gehen auf scan. Machen das aus. Starten den Scan. Ja, ja. Auf geht's. So, eins. So. In position. So. Raven. Disguises. Load. Agatha. Face month authorized. Häh? Oh. Ich glaube, ich weiß, warum. Hä? Nee, warte mal. Moment. Available commands. Raven. Raven. Disguises. Load. Agatha. Äh. 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 Okay, dann haben wir das doch nicht. Sehr, sehr. Okay. Ähm. Das Problem ist, wie lösche ich jetzt... Ach, egal. Agatha. Agatha. Disguises. Available commands. Browse. Disguises Browser App. Currently selected. SEC 01. Edit mit Return. Delete File with R. Move through List with Up and Down Arrows. Close App with Escape. Was ist nämlich das jetzt für ein Move? Richtig delete. Press Y für Yes oder N für No. Disguises Browser App. Currently selected. Gorski. Edit mit Return. Delete File with R. Move through... So, was hat er jetzt gelöscht? Available commands. Browse. Create. Load. Toll. Awaiting Input. Disguises File. Collected Available. Agatha. Toll. Marco. Agatha. Ich wollte aber das andere löschen. Super. Agatha. Agatha. Das ist das, wenn man das leider nicht sieht, wo man das... Browse. 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 Disguises Browser App. Currently selected. Gorski. Edit mit Return. Delete File with R. Move through List with Up and Down Arrows. Close App. Disguises Browser App. Currently selected. Gorski. Edit mit Return. Delete. Toll. Welches... Move through List with Up and Down Arrows. Close App. Really delete. Disguises Browser App. Currently selected. Gorski. Edit mit Return. So, was hat er jetzt gelöscht? Load. Load. Awaiting Input. Agatha. Ja, toll. Gorski. Agatha. Jetzt hat er das Marco Bild gelöscht. Ja, dann mache ich jetzt alle weg und mache sie dann alle wieder neu. Agatha. Das ist jetzt doof zu doof, weil das ist echt... Browse. So, dann machen wir das weg. Ja. Disguise Browser App. Currently selected. Agatha. Jetzt ist das noch da. Okay. Disguise Browser App. Disguise Browser App. Currently selected. Agatha. Und das kann ich nicht removen, oder was? Ach so, weil es gerade verwendet wird. Disguises. Okay. Unload. Disguises. Available commands. So, jetzt. Browse. Create. Load. Browse. Disguise Browser App. Okay. Disguise Browser App. Currently selected. Agatha. Really delete. Disguise Browser App. No disguises created yet. So, jetzt muss ich wieder welche machen. Scheiße. Available commands. Browse. Ah. Load. Open communication mode by pressing space. Obwohl. Warte mal. Ich bin ja doof. Wir könnten ja eigentlich auch einfach einen Shutdown. Es gibt alleine nur Shutdown. So. Und machen einfach das Ganze nochmal. Wir wissen ja jetzt, was wir machen müssen. Raven. Äh. Raven. Available commands. Muffin. Raven. Äh. Hallo. Raven. Raven. Available commands. Disguises. Disguises. Unload. Unload. Disguises. Available commands. Browse. Create. Also. Open communication mode by pressing space. Jetzt machen wir mal Browse. Disguise Browser App. Currently selected. SEC 01. Edit with return. Delete file with R. Move through list with up and down arrows. Ich hoffe, dass jetzt das Richtige löscht. Disguise Browser App. Currently selected. SEC 01. Edit with return. Disguise Browser App. Currently selected. SEC 01. Kann ich... Den Namen kann ich nicht eingeben. Listing Infos already in file. FP 002 Ramesh. 3D face file. Das ist... Disguise Browser App. Disguise Browser App. Disguise Browser App. Currently selected. Gorsky. Edit. Listing Infos already in file. Fp 981 Gorsky. Das ist Gorsky. Disguise Browser App. Listing Infos already in file. FP 0183 Stoffen. Disguise Browser App. Currently selected. Das löschen wir. Disguise Browser App. Currently selected. Agatha. Edit with return. Delete file with R. Listing Infos already in file. FP 0183 Stoffen. 3D face file. Disguise Browser App. Really delete. Disguise Browser App. Currently selected. Marco. Edit. Disguise Browser App. Currently selected. Listing Infos already in file. Marco. 3D... Disguise Browser App. Listing Infos already in file. Marco. Disguise Browser App. Disguise Browser App. In Ordnung. Passt schon. So, jetzt gehen wir nochmal... Inspect with Eye. Wir gehen nochmal... Dahin. Auf dem Bild... Auf dem Phone war ja noch ein anderes Bild von der Agatha. Inspect with Eye. Move to with M. Open console with return. Inspect the books. Inspect the books. Several books. Ja, ja. Inspect the... Nein. Available commands. Muffin. Muffin. Deploy. Available commands. Muffin. Raven. System. Öff. Jetzt machen wir... Network. 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 Gorsky Phone. Gorsky Phone. Jump. Gorsky Phone. Apps. Files. Files. Ne, wohl, da war es nicht drin. Da war es nicht drin. Gorsky Phone. Files. Network. Security. Da wollte ich doch hin. Security. Face prints. Marco. Choose with return. Das hatten wir. FP 0183 Stoffen. Choose with return. Äh, okay. FP 0183 Stoffen. Download. Downloaded file to system.files. FP 0183 Stoffen. Okay. Available commands. Face prints. Open. So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Press return to enter computer. Hallo. Available. Inspect with Eye. Move to with M. Open console with return. Wir machen erstmal Raven. Raven. Disguise. Disguise. Create. Create. Close App with Backspace or Escape. Create new. Agath Stoffen. So. Agatha. Agatha. Editing Disguise file Agatha. Choose Infos to input into file. Currently chosen. FP 0183 Stoffen. Genau. Listing Infos already in file. So. Available commands. Available commands. Create. Load. Jetzt machen wir Load. Awaiting input. Disguise file. Marco. Marco. Disguise mode set to file. Marco. Obwohl wir das wahrscheinlich schon getan haben, aber egal. Raven. Available. So. Move to. Available commands. Ach, Mann. Inspect with Eye. Awaiting input. Closet. 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 So. Jetzt machen wir wieder das gleiche Spiel. Meine Güte. Inspect with Eye. Move to with M. Muffin. 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 Deploy. Komm her, mein Kleiner. So. Network. Access. Jetzt gehen wir auf den Core Lab. Dann gehen wir da auf Face Scan 1. Face Scan 1. Press Return to enter computer. Jump und Scan. Jetzt machen wir den Modus wieder aus. Und sagen, zack. Beginning Scan process. Person 1. Please step in front of scanner 1. In position. Face print. Convert. Person 2. Please step in front of scanner 2. In position. So. Raven. Disguise. Load. Agatha. Ich dachte, das wäre das. Okay. Ähm. 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 Okay. Warte. Avail. Raven. Raven. Disguise. Sprouse. Disguise. Browser. App. Currently selected. Marco. Edit with return. Disguise. Browser. App. Disguise. Browser. App. Currently selected. Marco. Disguise. Uh. Disguise. Browser. Disguises. Okay. Unload. Browser. Disguise. Listing info is already in file. FP 0183, Stoffen. 3D face file. Disguise. Infos already in file. FP 0183, Stoffen. 3D. Disguise. Browser. Disguise. Listing info is already in file. FP 0183, Stoffen. Disguise. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt machen wir erst mal den hier. Gorski. Dann machen wir Create. Ja, Marco. Editing Disguise File, Marco. Choose Infos, do in... Listing Infos already in File. Marco. 3D-Face File. So. Remove with Return. Use right arrow to add Infos not included in File yet. Okay. Disguises. Available Commands. Browse. Wir brauchen als erstes... Load. Wir brauchen als erstes Marco. Disguise Mode Set to File, Marco. Was ist das? Entschuldigung, wenn ihr das alles mitmachen müsst jetzt. Aber es ist echt... Okay. Raven. Inspect with Eye. Available Commands. Muffin. Muffin. Network. Network. Access. Network App. Gore Lab. Gore Lab. Face Scan 1. Network App. Face Scan 1. Und Scan. Choose with Return. So. Jetzt geht's los. L. Raven. Disguises. Load. Gorski.